warum will der zu mir habe ich aber glück gehabt oh das ist jetzt die vierte klasse endlich abschließen wir sind in der vorschule ne warte vorschule ist ja vor grundschule warum höre ich ihn schon wieder ich habe ihn sogar gesehen das war jetzt natürlich ein bisschen peinlich genau ist richtig ich höre ihn ja er ist genau unter mir und hier kann man sich ja so toll verstecken ich verstecke mich hier nein ich komme nicht durch erst was war das denn wie so ein brennt der vogel ja jetzt weiß er wo ich bin durch dieses komische er ist bei mir ich habe mich im busch versteckt hier ist ein totem wenn ich es kaputt mache sieht das ne ich mache erst den gen ist auch so schlecht was totems ich habe es gleich gesehen ja mir zeigt er das an aber in so einem umkreis der ist bei mir in der nähe ich habe gedacht er hat mich gesehen ich habe hier so ein geiles versteck alter ich bin so genius da kommt er doch nie drauf wäre echt mal geil zu wissen wo die scheiß tot dann war am baum hast du mitgekriegt ob einer unserer dudes hier schon irgendwas gemacht hat alter er ist direkt an mir vorbei gelaufen ja bei mir auch schon alter ich bin so gut versteckt er hat gegen meinen gen getreten weißt du eigentlich wie schwer das ist so ein generator heile zu machen du musst hier dich umgucken und leertaste drücken als waschechter mechaniker ich glaube ich bewirb mich als mechaniker als berufserfahrung gebe ich ein dass ich jeden tag fünf generatoren erhalte mache ich sehe auch gar kein von euch bist du noch da ja kannst du gerade nicht reden oh shit das war so doof da ist einer hingefallen wo ich sehe mich oh gott direkt vor mir unter mir ist hier im keller aber ihr hebt ihn nicht auf Alter ich riskiere jetzt alles und hier kann ich ihn gar nicht sehen ich kann ihn generell nicht sehen ich mache jetzt noch das totem kaputt dann laufe ich weg da hinten ich höre den die ganze zeit ihn nur an ich höre den die ganze zeit ihn nur an ach da unten er hat den jetzt aufgang alter schwede ich glaube der spielt nicht so oft mit killer der hat zwei leute jetzt ja wie soll ich denn euch da unten hochkriegen alter ich habe den da unten nicht mal gesehen ich weiß gar nicht wie ich da hinkomme ich bin genau über den ach hier wie komme ich denn da unten hin oh gott ich bin doch hier voll gerade eingesperrt mit dem killer hier ist ein gem hier ist ein gem lauf mal weg alter ich kann doch nicht beide retten hier der hat sich schon wieder schlagen lassen ist der doof kann er nicht nochmal runter sie sind tot scheiße der kommt ja jetzt wieder oh gott wo muss ich hier hin wo muss ich hin wo laufe ich am besten hin ey wir sind nur noch zu zweit ja das war aber auch kacke der hat da unten gewartet und die ich weiß nicht der typ hat ihn geblendet und meinte wo ich hänge den anderen auch noch ab aber ich dachte wir hauen erstmal ab aber jetzt wird es natürlich schwer ne ich weiß hier auch gar nicht wo ich mich verstecken soll Aua scheiße ich bin am Arsch das war so doof von mir Psst Uwe hör auf zu stöhnen alter der ist hier in der Nähe Aaaaaa mann nein kacke du Schweinehund ich hab ich hab echt damit gerechnet dass er durch die Tür kommt ich hab jetzt echt nicht damit gerechnet dass der ja gut ich hab nicht damit gerechnet dass der an der Seite kommt komm nicht mir helfen Och ist mir egal Hier da ist sie selbst der nächste Danke Yassi Mach nix Ich kann mich ja befreien Haha Kannst du? Ja Ich kann nicht mal den Kindern kommen Eigentlich konnte ich das Was? Das ist Zufall ne? Das ist Zufall ne? Ne Ich hab den Haken aber Naja ging mein Plan nicht auf wie ich es wollte Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Ich hab keinen Erste Hilfe Kasten mehr. Er ist noch bei dir, ne? Ich hab meinen noch, ja. Ich weiß nicht, nee, der ist irgendwie weg. Okay, ich häng dich ab, aber wir sind dann am Arsch. Ich sag's, wie es ist. Ich weiß nicht, wo der ist. Er ist noch hier in der Nähe. Ich habe ihn abgelenkt. Wollen wir uns heilen? Keine Ahnung. Wir haben immer nur noch vier Generatoren. Wir sind so am Arsch. Aua, bist du doof oder was? Ja, ich bin abgerutscht da. Die Nadel ist klein und flutschig. Hier ist alles voller Blut. Er kommt. Er ist da. Warum will der zu mir? Puh, hab ich aber Glück gehabt. Vor allem, warum will der zu mir? Genau. Warum will der zu mir? Ah, diese verdammten Shockwaves. Findet er cool, ne? Ja, er denkt auch halt, er ist es hier. Guck mal, ich kann so eine Druckwille machen. Oh, ich bin hier voll in die Arme gelaufen, Alter. Oh nein, du bist jetzt tot. Ja. Ich kann dich ja gar nicht mehr retten. Ich find doch wieder diese Kackluke nicht. Ich find ja nicht mal einen Generator. Oh Gott. Scheiße. War kurz davor, mich abzuwandeln da. Ach, wow. Ach, wow. Irgendwo ran hört man doch die Bucke. Aber im Moment... Herr Martin sagt so ein komisches Läuten. Herr Martin sagt so ein komisches Läuten. Mh, ja. Ja, doch, um. Ah, ich find die doch nie. Ich hätte wahrscheinlich bessere Chancen, wenn ich die vier Gents versuche. Guck mal in den Köller. Guck mal in den Köller. Diesmal nicht mein Freund. Hab ich mich nicht erschrocken. Oh kacke, der Killer kommt. Auf der Suche nach der Luke. Ich hör halt nur seine komischen Stimmen, ne. Ich hör die Luke. Ich hab sie gefunden. Wie geil ist das denn? Hast du das gesehen? Hallo? Anybody auf der anderen Leitung? Unerwartete Wendung auf jeden Fall. Ich hab die Luke doch noch gefunden. War sehr ruhig heute. Die Runde. Von der Stimmung. Ich hoffe es hat trotzdem gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lass gern ein Like da. Bis dann, macht's gut. Ciao.